Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal, Mathe leicht gemacht, mit dem zweiten Video der Playlist Körper berechnen und ihr seht es schon, in diesem Video gucken wir uns an, wie wir das Volumen eines Zylinders berechnen. Das Ganze ist für euch, die in der 8. bis 10. Klasse sind und wir zeigen euch hier alles, was ihr hier zu wissen müsst. Fangen wir einfach mal an, erstmal, was ist überhaupt ein Zylinder? Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Cola-Dose. Ohne Dose kann man ja befüllen mit Wasser und genau das ist das Volumen. Wenn wir also so einen Körper, den Zylinder, mit Wasser füllen, ist genau das, was da reinpasst, genau das Volumen. Schauen wir uns einmal an, was wir alles brauchen, um das Volumen des Zylinders zu berechnen. Der Zylinder, wie sieht denn der überhaupt aus? Der hat eine Grundfläche und das ist ein Kreis. Das sieht jetzt vielleicht hier nicht so gut aus, aber es ist ja die Seitenansicht und deswegen ist es ein bisschen verschoben. Das bedeutet, das hier unten ist ein Kreis. Und jeder Kreis hat ja natürlich einen Radius. Genau den Radius brauchen wir, um das Volumen des Zylinders zu berechnen. Und wir brauchen noch die Höhe. Das bedeutet einfach nur, wie hoch der Zylinder ist. Das brauchen wir. Und wenn wir die beiden Sachen haben, dann können wir das Volumen des Zylinders schon berechnen. Das Volumen, kürzen wir mit V ab, ist gleich Pi mal R². Das ist der erste Teil. Jetzt machen wir vielleicht erstmal dicke Backen und überlegen uns, warum steht da Pi R²? Ihr erinnert euch vielleicht, das ist die Formel für die Berechnung eines Kreises. Und dieser Kreis hier ist die Grundfläche unseres Zylinders, hatten wir ja gesagt. Und deswegen haben wir Pi R², auf jeden Fall die Grundfläche des Zylinders. Und die Grundfläche sehen wir hier unten nochmal einmal markiert. Und jetzt können wir sozusagen das einfach mit der Höhe multiplizieren. Einmal mal H. Das ist die Höhe, die nach oben geht von der Grundfläche bis nach oben. Also vom Boden bis zum Deckel, so kann man sich das vorstellen. Und das ist schon unsere Formel für den Zylinder. Wir brauchen das R und das H und wenn wir das haben, können wir das V direkt ausrechnen. Zeigen wir einmal ein Beispiel. Wenn wir jetzt einfach gegeben haben, 3 cm für den Radius und 8 cm für die Höhe, können wir das einfach einsetzen. V ist gleich Pi mal 3 cm, in Klammern ins Quadrat bitte, da muss beides ins Quadrat genommen werden, mal 8 cm. Gut, das rechnen wir einfach mit dem Taschenrechner aus. Und da kommt ungefähr raus, deswegen machen wir so ein Ungefährzeichen, 226,2 cm und jetzt hier Kubikzentimeter, also Zentimeter hoch 3. Das hoch 3 zeigt mir an, dass es eine Volumeneinheit ist. Wir haben es ja hier mit einem Volumen zu tun und das wäre hier unser Ergebnis. Das war es auch schon mit dem Volumen eines Zylinders. Und im nächsten Video schauen wir uns hier eine Aufgabe dazu an. Ihr seht es hier schon, wir haben hier einen Zylinder und da ist die Höhe gesucht. Die soll man berechnen, wenn wir das Volumen gegeben haben. Das ist eine ganz gute Übung zum Reinkommen. Also bis gleich, ciao.